Hallo als Seacross Freunde, willkommen zurück hier auf dem Seacross Kanal, dem Infotainment Portal rund um World of Warships. Und heute haben wir mal wieder ein Container Opening für euch und zwar von meiner Frau, die erfolgreich viele Container gesammelt hat. Und sie ist diesmal natürlich, so wie ihr das bei uns kennt, ist der Container Opener oder dem, dem die Container geöffnet werden, mit dabei. Und bei meiner Frau ist das jetzt gar nicht schwierig, die muss nicht über Teamspeak oder so connecten, sondern die sitzt einfach neben mir. Moin Leute, hallo! So, und wir fangen jetzt direkt an. Wir haben 33 Container, die wir euch aufmachen wollen. Das sind nicht nur Weihnachtscontainer, es ist alles möglich. Da sind auch wieder Supercontainer dabei. Da sind jetzt Weihnachtsdinger dabei. Was ist da noch bei Maus? Black Friday und britische Sammelcontainer. Okay, dann fangen wir direkt mal an. So, was haben wir da? Da sind's Neujahrsluftschlange. Oha! Nicht schlecht. Und dann machen wir gleich den nächsten. Oh, das ist ein großes Geschenk, ist das. Und da ist 10 Mal Luftschlange. Kein Schiff brauchst du nicht. Nein, brauche ich nicht. Ich bin eh gewohnt, keine Schiffe zu bekommen. Und dann gibt's hier die Sonderdinger für die verschiedenen Themen hier. Das ist dieser französische Sondercontainer gewesen. Ah! Und dann haben wir jetzt hier, ähm, was ist denn das jetzt nochmal gewesen? Ja, ich glaube, das ist das Royal Navy Ding gewesen. Und dann haben wir nochmal ein Weihnachtscontainer, ein kleines Geschenk. Und? 50 Mal EquiSpeed Charlie London EP Gefecht kann man immer gut gebrauchen. Auf jeden Fall. Und dann geht's weiter. American. Und da gibt's wieder was für die Sammlung. Duplikate sind immer gut, Kritikpunkte brauche ich. Genau. Und da hast du den ersten Würfelcontainer. Ja. Der bringt 750 Free XP. Jo, die Millionen kommen. Die Millionen kommen. Und da hast du den Black Friday. Ja. Ja. Ah, vier. Super. Vier Schattenschleicher. Ich mag die Tarnung. Die ist echt hübsch. Und dann gibt's nochmal vier Schattenschleicher. Immer her damit. Schatten wird geschlichen. Würfelcontainer. Tarnung. Ja. Typ 5. Tarnung nehme ich immer gerne. Und wieder ein Weihnachtscontainer. Und? Hört ja was drin sein können. Julo Hotel. Du verdienst mehr Kapitäns EP. Finde ich auch immer gut. Die sind super kombinierbar, weil du nämlich Equal Speed Charlie London und diese Kapitäns EP, die profitieren ja direkt voneinander. Ja. Du musst Equal Speed Charlie London drauf haben und dann Kapitäns EP und dann kriegst du ja mehr Kapitäns EP, weil der Modifikator da mit reinspielt. So, und dann haben wir britische Container. Ja. Die Briten sind auch noch einfach hübscher in ihrer eigenen Tarnung. Und das ist für die Royal Navy Destroyers Sammlung. Ja. Die wir tarnen, das war auch nicht schlecht. Und da haben wir noch ein... Diese Sammlung für die Tarnung. Ja. Und einmal noch eine Creditfahne mit Vivian. Brauche ich auch. Jetzt kommen die ganzen Briten-Dinger. Wir hassen da. Da gibt es wieder was. Mehrzweck-Klafette. Und eine Hydra. Ja. Entschuldigung. Und eine Hydra. Ja. Und da ist wieder eine Leviathan und ein Flugabwehrgeschütz. Ja. Signale sind super. Und wieder Leviathan und ein Duplikat. Ja. Auch die nehmen wir gerne. Duplikate sind auch gerne gesehen. Wir klicken uns hier mal ein bisschen durch. Drache. Auch schön. Dann geht es weiter. Weiter Briten. Da hat es aber viele davon. Und jetzt immer noch ein Britte. Noch ein Britte. Ja. Es ist, wenn man die Aufgaben nacheinander mal irgendwie erfüllt, dann... Und Supercontainer. Oh, 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 oh. Ah, schade. Jetzt hast du schon 150 Signale davon. Ja. Aber geil. Supercontainer Nummer eins. Dritten Container. Und? Was ist der nächste? Black Friday. Mein Schiff wäre schön. Aber ich glaube, das kriege ich nicht mehr. Ja, wie gesagt, Schiffe sind... Und dann haben wir... Noch ein Black Friday. Black Friday. Und... Ich habe einen Schleicher. Aber wie gesagt, die finde ich auch hübsch. Jetzt sind wir noch bei acht. Und ein Würfelcontainer. Mit Whisky. Auch nicht schlecht. Und wieder am Black Friday. Meine Güte. Das sind die, die du da durchgesammelt hast. Ja, genau. Okay. Mal gucken, ob wir hier denn noch was Schönes rausziehen können. Also irgendwie... Das sind noch mal Britten. Die Sammlung. Und dann... Nochmal Britten. Hattest du nur einen Super? Ja, ich glaube. Dann... Geht's nochmal mit Black Friday weiter. Mal sehen, was da jetzt drin ist. Wäre zu schön, wenn du da nochmal... Es wäre Glück, aber wie gesagt, das ist mir leider nicht Holt mit Schiff. Nochmal Luftschlange. Ne, Schattenschleicher. Entschuldigung. Und wir haben jetzt den Briten. Jetzt gucken wir mal. Wir haben ja noch... Eigentlich haben wir noch zwei Schüsse. Wir haben nämlich den hier noch. Den letzten Briten. Und dann können wir noch einen Container sammeln. Da ist nochmal ein... Kriegestand. Und dann können wir nochmal... Was möchtest du? Mach mal Ressourcen. 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 Gucken wir mal. Vielleicht wird es noch ein Supercontainer, aber... Äh, nein. Wird kein Supercontainer. Schade. Mist. Ja, wie gesagt, mit Supercontainern und Schiffen ist es schwierig. Aber dafür, guck mal. Dafür 1200 Kohle in dem Ressourcencontainer. Das ist doch fein. Jetzt gucken wir mal, was deine Sammlung... Ob wir deine Sammlung zumindest nicht machen können. Ding, ding, ding. Ja, genau. Wie bei Glückskraft. Ja, genau. Ich nehme ein A. Ding, 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 ding. Und ich kaufe ein E. Oh. Ja. Die ist voll. Gelöst. Genau. Und hier haben wir... Okay, dir fehlen also noch fünf Gegenstände. Du hast nur neun Duplikat, das heißt, da müsst ihr noch ein bisschen sammeln. Wann oh. Können wir die also nicht vollständig machen. Fade. Okay. Das war's mit der Sammlung der 33 Container von, oder jetzt ja, 34 Container von meiner Frau. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Unterhaltung, mal was anderes, so ein bisschen mixed up. Und ja, passt zur Jahreszeit sozusagen. Zumindest haben wir es zur Weihnachtsjahreszeit aufgenommen. Mal gucken, wann wir euch da zur Verfügung stellen. Das erinnere ich noch mal so ein bisschen so. Ich mag das ja immer, wenn es dann so Videos sind, die schon ein bisschen länger her sind. Mal schauen. Ja? Mal gucken. Okay. Ich wünsche euch was. Bis die Tage. Hier auf dem Sieghauskanal, dem Infotainmentportal rund um World of Warships. Bis zum nächsten Video. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.